Nachdenkseiten. Die kritische Website. Krieg und Völkerrecht. Ein Artikel von Alexander Neu. Am 17. Juli 2023 veröffentlichten die Nachdenkseiten einen Beitrag von mir zur Thematik Streubomben und das Völkerrecht. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Mein Beitrag provozierte zahlreiche Reaktionen. Interessanterweise fokussierten sich die kritischen Leserbriefe nicht so sehr auf die Frage des «Jus in bello», also des Rechtes im Krieg, was ja mein eigentliches Thema war, sondern auf meine einleitenden Worte zum «Jus ad bellum», dem Recht zum Krieg. Was ich sehr begrüße und was die Leserschaft der Nachdenkseiten ausmacht, ist das hohe inhaltliche Niveau sowie der praktizierte Respekt. So funktioniert gesunder gesellschaftlicher Diskurs. Eine Diskursatmosphäre, die in Zeiten dominierender Political Correctness statt Argumente rar geworden ist. Unter anderem wurde ich von einigen Lesern gebeten, das Thema des Rechtes zum Krieg anhand des russisch-ukrainischen Krieges zu thematisieren. Der Bitte komme ich sehr gerne nach. Meine auf Widerspruch stoßende Prämisse im Beitrag «Streubomben und das Völkerrecht» lautete, die rechtliche Bewertung des russischen Angriffskrieges muss nicht weiter erläutert werden, denn diese ist unzweideutig. Russland bricht ohne Wenn und Aber das in der UNO-Karte Artikel 2 Absatz 4 verankerte Gewaltverbot, wie auch die USA und ihre sogenannte Koalition der Willigen dies mit dem Irakkrieg 2003 oder dem NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 getan haben. Sämtliche Versuche, relativierende Erklärungen zu den jeweiligen Angriffskriegen zu liefern, stellen eine unmittelbare Infragestellung und somit Relativierung des internationalen Rechtes dar. UNO-Karte Die UNO und ihre Charta sind das Ergebnis des Grauens des Ersten und Zweiten Weltkrieges, so auch die Präambel der UNO-Karte, sowie die Fortsetzung des Völkerbundes, der seinerseits ein Ergebnis des Grauens des Ersten Weltkrieges gewesen ist. Die Entwicklung vom Recht zum Krieg, Jus ad bellum, durch souveräne Herrscher, später souveräne Staaten bis einschließlich zum Ersten Weltkrieg, wurde in dem Briand-Kellag-Prakt 1929 eingeschränkt, in dem ein Verbot des Angriffskrieges formuliert wurde. Dennoch hat dieses Abkommen den Zweiten Weltkrieg nicht verhindert. Die Neuerung in der UNO-Karte stellt nicht nur ein umfassendes Gewaltverbot dar, sondern beinhaltet auch die Friedenspflicht der UNO-Mitgliedstaaten. Formuliert in der Präambel Artikel 1 und 2. Die bekannten Ausnahmen sind die Gewaltautorisierung seitens des UN-Sicherheitsrates, um einen vorausgehenden Konflikt auch mit militärischen Mitteln einzuhegen, niedergeschrieben in Artikel 43. Sowie das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung, siehe Artikel 51. Das Gewaltverbot ist in der UNO-Karte unter Artikel 2 Absatz 4 wie folgt formuliert. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Dieses Gewaltverbot ist ebenso wie die Souveränität bzw. die souveräne Gleichheit der Staaten zwingendes Recht und gilt ausnahmslos für alle Mitgliedstaaten. Für die USA ebenso wie für Samoa, Haiti, Luxemburg, der Mongolei, Nigeria oder auch Russland. Dass sich immer wieder Staaten, insbesondere Großmächte, nicht daran halten und einen anderen Staat militärisch angreifen oder einen Angriff androhen, ist auch eine Realität. Entsprechende Gewaltmaßnahmen oder deren Androhungen stellen einen klaren Rechtsbruch dar. Die Hintergründe dazu habe ich in dem Beitrag Streubomben und Völkerrecht ausgeführt. Und da die Ukraine vollwertiges Mitglied der UNO anerkannt in den Grenzen von 1991 ist und auch Russland als Rechtsnachfolger der UdSSR die Ukraine in den Grenzen von 1991 diplomatisch anerkannt hat, handelt es sich bei dem russischen Angriff sowie der Annexion ukrainischen Staatsgebietes um einen klaren Bruch gegen Artikel 2 Absatz 1 und 4 der UNO-Charta, mithin ein Völkerrechtsbruch. Es gibt immer Gründe, worum ein Akteur glaubt, berechtigt zu sein, geltendes Recht zu brechen. Nur, wenn diese Herangehensweise akzeptiert würde, breche jedes Rechtssystem wie ein Kartenhaus zusammen. Der Angriff der Koalition der Willigen unter US-Führung gegen den Irak 2003 stellt einen klaren Völkerrechtsbruch dar. Daran ändert sich auch nichts, nur weil verbündete Staaten diesen Völkerrechtsbruch nicht als solchen anerkennen. Die Bundesregierungen seit 2003 verweigern sich bis heute, den US-geführten Angriffskrieg auf den Irak als Völkerrechtsbruch zu klassifizieren. Ebenso verweigern sich die Bundesregierungen, die Angriffe der Türkei oder der USA auf Syrien als solche zu benennen. Ich hatte seinerzeit den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages dazu um Gutachten gebeten, deren Ergebnisse eindeutig waren. Völkerrechtsbrüche. In beiden Fällen. Die Anfragen an den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages und deren Ergebnisse sind im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Angriff auf das umfassende Gewaltverbot Und natürlich gibt es Versuche durch die Großmächte, das umfassende Gewaltverbot der UNO-Charta für machtpolitische Zwecke zu lockern. Neben den zwei bekannten Ausnahmen hinsichtlich des Gewaltverbotes hat der Westen in den letzten 25 Jahren weitere Ausnahmen vom Gewaltverbot zu etablieren versucht. Die Responsibility-to-Protect-Doktrin, kurz RTP, und die Unable-Unwilling-Doktrin, kurz W. Beide Doktrinen zielen auf eine konditionierte Souveränität der Staaten ab. Natürlich mit Ausnahme der westlichen Staaten, denn diese formulieren die Konditionen. Das heißt, dass der Westen mithilfe dieser Doktrinen versucht, seinen militärischen Interventionen eine Legitimität zu verleihen, die dann in einer zeitlichen Dimension in völkergewohnheitsrechtliche Legalität überführt werden würde, ohne dass die UNO-Charta entsprechend verändert werden müsste. So ist die RTP das Ergebnis des völkerrechtswidrigen NATO-Angriffskrieges auf Jugoslawien im Jahr 1999. Sie sollte auf fragwürdige Weise nachträglich eine Art Legitimität behaupten und zukünftig einen legalen Freifahrtschein für westliche Interventionen bereitstellen. Ähnlich kritisch argumentiert auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages gegen die Praxis im Falle Syrien. Zitat Wie bereits im Fall der Kosovo-Intervention im Jahr 1999 lässt sich festhalten, dass völkerrechtswidriges Handeln nicht dadurch geheilt wird, dass es moralisch legitim ist. Aus der Legitimität staatlichen Handelns erwächst nicht automatisch dessen Legalität. Zitat Ende 2011 war es dann soweit. Der UNO-Sicherheitsrat nutzte die RTP-Doktrin als Grundlage, um in die inneren Angelegenheiten Libyens zu intervenieren. Die NATO setzte das Mandat um. Die Menschenrechtsbilizisten jubelten. Im globalen Süden wurde diese Maßnahme eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Nicht ganz zu Unrecht. Denn die NATO interpretierte das vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Mandat, UN-Sicherheitsratmandat 1973, mehr als großzügig. Was mit einem blutigen Regime-Change, inklusive Tötung des dortigen Machthabers Gaddafi vor der Weltöffentlichkeit und einem bis heute anhaltenden Failed State endete. Damit hatte sich die Intention der RTP-Doktrin selbst entlarvt und ist für den globalen Nicht-Westen nicht mehr akzeptabel. Und auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages kommt in einem von mir erbetenen Gutachten zu Syrien zu folgendem Ergebnis. Wegen der bestehenden Missbrauchsgefahr ist die Zuverlässigkeit einer humanitären Intervention bis heute völkerrechtlich ausgesprochen umstritten und erscheint als gewohnheitsrechtliche Ausnahme vom völkerrechtlichen Gewaltverbot jedenfalls nicht tragfähig. Zitat Ende. Die W-Doktrin wiederum findet sich in den Bundestagsmandaten für den Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr im Irak und Syrien. Der syrische Staat sei nicht in der Lage, also unable, den IS effektiv zu bekämpfen, sodass der Westen, die sogenannte internationale Gemeinschaft, diese Aufgabe übernehmen müsse. Diese Argumentation ist sehr interessant, da die syrische Armee geradezu daran gehindert wurde und wird, auf dem gesamten Staatsgebiet die Hoheitsgewalt wieder durchzusetzen. Im Osten besetzen US-amerikanische Truppen und im Nordwesten türkische Truppen das syrische Staatsgebiet. Übrigens in beiden Fällen völkerrechtswidrig. Volksrepubliken und Weiterentwicklung des Völkerrechtes Nun wurde in den Leserbriefen auch der besondere Status der beiden Volksrepubliken, die ja ihre Unabhängigkeit verkündet hätten, hervorgehoben. Und Russland habe mit der diplomatischen Anerkennung dieser Volksrepubliken letztlich dann auf Einladung derselben gemäß Artikel 51 der UNO-Charta gehandelt. Mithin die kollektive Selbstverteidigung als Rechtsgrundlage genutzt. In der Tat muss man diesen Aspekt besonders analysieren, da nach 1990 das Völkerrecht vom Westen einseitig in Anführungszeichen weiterentwickelt wurde. Das Primat der Souveränität und der territorialen Integrität von Staaten wurde in dem Fall Jugoslawiens zugunsten eines sehr fragwürdigen externen Selbstbestimmungsrechtsverständnisses der Völker außer Kraft gesetzt, sprich das föderal strukturierte Land in Einzelteile zerlegt und damit auch die UNO-Charta in wesentlichen Teilen faktisch außer Kraft gesetzt. Die ursprünglich als antikolonialistische, zur Unterstützung des Befreiungskampfes des globalen Südens gedachte Norm stellt in diesem Zusammenhang eine Einheit zwischen externem Selbstbestimmungsrecht und Souveränität dar. Eine Kolonie befreit sich, nimmt das externe Selbstbestimmungsrecht in Anspruch und formiert ein eigenes souveränes Staatswesen. Mit der einseitig neuen Interpretation des externen Selbstbestimmungsrechtes gegen bestehende souveräne Staaten, hier insbesondere Jugoslawien seitens des Westens, wurde indessen ein Gegensatz von Souveränität und externem Selbstbestimmungsrecht geschaffen. Der jugoslawische Bundesstaat stand regional-nationalistischen Kräften Jugoslawiens gegenüber, die jeweils einen eigenen Ministaat forderten, deren Einwohnerzahl sich in der Größenordnung Berlins bewegte. Das Selbstbestimmungsrecht wurde anschließend priorisiert. Die seinerzeit von der EG eingesetzte Berdantère-Kommission befand selbstherrlich, dass die jugoslawischen Republiken in ihren Verwaltungsgrenzen als selbstständige Staaten separieren und auch so anerkannt werden dürften. Das wäre so, als ob die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft beschlösse, dass die deutschen Bundesländer sich nun abspalten können und Deutschland als Bundesstaat aufgelöst würde, respektive die Bundesregierung und die föderalen Organe nichts mehr zu melden hätten. Nur mal so als konkretes Beispiel, um die Dimension der Selbstherrlichkeit zu verdeutlichen. Mehr noch. Als es dann um Serbien und seine Provinz Kosovo ging, wurde die Berdantère-Empfehlung kurzerhand wieder ausgesetzt. Was für die ebrigen Republiken gelten sollte, galt nicht für die Serbische Republik. Mehr Willkür geht nicht. Diese Praxis zeigt eines sehr deutlich. Die einseitige sogenannte Weiterentwicklung des Völkerrechtes galt und gilt nur selektiv, also nur bei Staaten, wo es westlichen Interessen entgegenkam und entgegenkommt, hat also nur einen instrumentellen Charakter. Deshalb Slowenien, Kroatien, Bosnien und Kosovo. Nicht aber Süd-Ossetien, Abkhazien, die Krim oder die Volksrepubliken. Und die russische Lesart ist entsprechend spiegelverkehrt und somit ebenso widersprüchlich, was den instrumentellen Charakter des Völkerrechtes auch für Moskau unterstreicht. Aber diese selbstherrliche Weiterentwicklungspolitik des Völkerrechtes seitens des Westens ist ein Produkt der westlichen Hybris der nun vergangenen Pax Americana, der unipolaren Weltordnung. In der sich anbahnenden neuen Weltordnung mit neuen Großmächten rächt sich diese auf kurzfristige Gewinne von Einflusssphären angelegte Politik des Westens. Denn Russland hat den westlichen Präzedenzfall Jugoslawien aufgenommen und ebenso für seine machtpolitischen Interessen mitgeübt. Ein Verzicht Russlands auf die Nutzung der Präzedenzfälle wäre nicht nur realpolitisch naiv. Es bedeutet auch eine völkergewohnheitsrechtliche Akzeptanz der Asymmetrierung von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten zwischen den Staaten. Angesichts dessen sind die völkerrechtlichen Klagen des Westens wegen der Krim und der Volksrepubliken unter dem Aspekt ihrer durch sie selbst vorangetriebenen Weiterentwicklung des Völkerrechtes mehr als fragwürdig. Betrachtet man das Verhalten der russischen Föderation hinsichtlich der diplomatischen Anerkennung der beiden Volksrepubliken am 21. Februar 2022, völkerrechtlich isoliert, also gemäß der westlichen Lesart und jenseits der realen Entwicklungen auf internationaler Ebene nach 1990. So bliebe die Feststellung, dass die russische Föderation die Völkerrechtsnormen der Souveränität, der territorialen Integrität sowie dem Interventionsverbot gebrochen hat. Dies wird auch durch die ausbleibende diplomatische Anerkennung zunächst der Volksrepubliken als eigenständige Staaten beziehungsweise der Akzeptanz ihrer Integration in den russischen Staatsverband seitens anderer Staaten und einer nicht bindenden Resolution der UNO-Generalversammlung deutlich. In dieser haben sich von 193 Mitgliedstaaten 141 einer Verurteilung des russischen Handelns angeschlossen und 35 Staaten enthielten sich. Denn auch der globale Nicht-Westen hat kein Interesse, die ohnehin angeschlagenen Souveränitäts- und territorialen Integritätsnormen noch weiter erodieren zu lassen. Das zeigt sich nicht nur, aber ganz besonders an dem Verbündeten Russlands, der Volksrepublik China, die um die territoriale Integrität in Taiwan kämpft, oder auch an der Republik Serbien, deren territoriale Integrität in Kosovo auch mit Füßen getreten wird. Kontextualisiert man hingegen die russische Anerkennungspolitik unter Berücksichtigung der einseitigen Weiterentwicklung des Völkerrechts seitens des Westens, so ist der Vorwurf des Völkerrechtsbruches Russlands mindestens schwieriger zu beurteilen. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages gelangt indessen zu einem anderen, einem eindeutigen Urteil, nämlich des klaren Völkerrechtsbruches. Russland seinerseits sieht hinsichtlich der diplomatischen Anerkennung der Volksrepubliken angesichts der vom Westen geschaffenen völkerrechtlichen Präzedenzfälle, nicht nur Kosovo, sondern auch die Jugoslawischen Republiken, keinerlei völkerrechtliche Hürden mehr. Mehr noch. Mit diesem neuen, von Russland gezeichneten Rechtsstatus der Volksrepubliken wurde dann in der immanenten Logik auch das Recht auf kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 UNO-Charta formuliert, womit nach russischer Lesart der Weg für einen militärischen Beistand der Volksrepubliken geebnet worden sei. Angriffe auf die Ukraine Selbst wenn man der völkerrechtlichen Argumentation Moskaus folgte, so bliebe festzuhalten, dass der Angriff auf das ukrainische Staatsgebiet jenseits der Gebiete der Volksrepubliken nicht unter dem Aspekt der kollektiven Selbstverteidigung zu rechtfertigen ist. Die Angriffe Russlands erstreckten sich seit dem 24. Februar 2022 auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet. Dieser Fakt erlaubt keinen Interpretationsspielraum für die völkerrechtliche Bewertung. Kurzum, Russlands militärische Maßnahmen in der Ukraine stellen einen massiven Bruch des Artikels 2 Absatz 4 der UNO-Charta und somit des Völkerrechts dar. Fazit Die Motive für einen Rechtsbruch mögen niederträchtig oder edel sein, es ist stets eine subjektive Bewertung. Aber ein Rechtssystem, zumal eines mit rechtsstaatlichem Anspruch, was auch die UNO-Charta sein soll, kann das nicht akzeptieren, ohne sich damit überflüssig zu machen. Kurzum, sämtliche Versuche, das umfassende Gewaltverbot durch angeblich edle Motive zu durchlöchern, basieren auf tatsächlichen machtpolitischen Interessen ihrer Protagonisten und gehören ausnahmslos zurückgewiesen. Auch die Kritiker meiner Position sollten nicht den Fehler begehen, die Politik der Doppelstandards zu kopieren. Denn abgesehen von der abzulehnenden humanitären Tragödie eines jeden Krieges würde die Anwendung doppelter Standards unsere Argumentationskraft gegen jeden Krieg eher schwächen als stärken. Und umgekehrt, dadurch, dass wir keine völkerrechtlichen Doppelstandards akzeptieren, soll heißen, jeden Angriffskrieg als das benennen, was er ist, nämlich ein Rechtsbruch, haben wir ein sehr starkes Argument an der Hand. Es ist immer wieder aufschlussreich, wie Politik und Medien sich winden und ausweichen, wenn man auf die westlichen Rechtsbrüche hinweist, respektive von diesen fordert, die Rechtsbrüche auch zu klassifizieren. Die sichtlich angestrengten rhetorischen Pirouetten, die die Bundesregierungen und die sie tragenden Fraktionen hinsichtlich des US-Irak-Krieges oder der türkischen Invasion in Syrien vollziehen, sind, wäre es nicht so traurig, von hohem Unterhaltungswert. Und die widerwärtigste Reaktion ist die des Vorwurfs des Whataboutism, eine beliebte, wenn gleich auch leicht durchschaubare Taktik. Und ja, es liegt in der Natur des Menschen, die gleichen Handlungen von Dritten angesichts der unterschiedlichen Verteilung von Sympathie und Antipathie auch unterschiedlich zu bewerten. Diese jeweils eigene menschliche Schwäche muss erkannt und so weit wie möglich bei der Beurteilung von Handlungen zurückgedrängt werden. Nur dann sind wir glaubwürdig. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020